paar sekunden her laser scharfschützengewehr laden schon wieder ich hätte gern normales laser gewehr das könnten wir uns vielleicht umbauen das könnten wir uns vielleicht umbauen aber dann laden ich glaube dafür höheres wissenschaft das habe ich nicht denke ich aber wir gehen mal wieder in den knast wir waren da schon lange nicht mehr also wir waren da erst aber wir waren da schon lange nicht mehr ob 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 gerade einer geschossen hoffen nach mir hier gerade durch eure eigenen bin ich hier her gelaufen ich habe gerade die orientierung verloren das war schon alles töten hier ich würde eigentlich aus spaß gerade auch so machen auf einmal stehst du hinter mir ok das ist auf die entfernung nicht so gut warum sind denn alle waffen bei mir hier ständig leer ich sehe keinen feuer so darf ich mal kurz hier bitte deine ehemaligen freunde mal lieber so ein bisschen durchluten splittergranate nehme ich und irgendwas ist hier rechts von mir durch der ausgang ne wir wollen ja nicht raus wollen wir hier innen bleiben und hier mal kurz was checken wo wir denn hier eigentlich hin sollen oder hin müssen hin sollen oder hin müssen und da komme ich doch ich müsste mal dringend mal kurz ein bisschen heilen mal kurz ein bisschen heilen warte mal so so die habe nicht ich aufs gelöst so so Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich setze mal Ruhe. Ich hab gefragt, ob jetzt ne Ruhe ist, verdammt nochmal. Geht doch. Ist jetzt vorbei? Mal kurz ein bisschen looten. Irgendwie hat das gerade hier mehr Munition als weniger. Ja, aber ich hab jetzt hier immer noch nicht das gesehen, so hey, du musst hier her. Oder musst das... Hier sind überall Exits. Oder hier sind überall Ausgänge. Äh, nichts anderes. Ah, ich hätte ein Heilmittel, aber ich glaube, ich hab eh gerade keine Krankheit mehr. Äh, Hundefutter in der Dose und einmal Wasser. SCB hat eine, äh, Atomrakete gestartet. Ja, okay, das... Ich bin eh hier gerade in der Instanz, so sagen. Irgendwo in die Richtung, ne? Muss ich mal gucken, wo ich gerade hin muss. Ich find das ein bisschen verwirrend, den Weg hier. Zendblock A. Da war ich noch nicht. Hier geht's... In... Duschen. Okay, äh... Die Richtung. Okay. Was, wo? Wo denn? Wo denn? Ich seh dich nicht. Was warst du hinter mir? Da. Es ist eigentlich gut, dass die immer Schießpulver mit dabei haben. Weil wir auch Schießpulver brauchen. Irgendwo in die Richtung. Also, ich laufe jetzt einfach mal weiter in die Richtung. Ich seh hier lauter Werkstätte. Und hier sind wir im Eingangsbereich. Kam ich da nicht her? Alter, wenn du mir jetzt das Exit zeigst... Der Hof. Du kannst mir doch jetzt nicht den Hof zeigen. Ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh, der Hof. Erinnerung. Erinnerung an Tod und Verderben. Ja. Hier bin ich das erste Mal gestorben. Ich will es nur hin. Töne oder? Woll... Das war's für heute. Ich weiß aber nicht, ob ich das letzte Mal da war, als ich eine Power Rüstung hatte. Okay, hat gut geklappt im Vergleich zum letzten Mal, wo ich hier war. Ich bleibe aber deutlich mal ein bisschen bei Sinnen. Und schau, dass ich nicht einen Löffel abgebe. Ich weiß ganz genau, hier drin bin ich damals gestorben. Weil ich irgendwie ernsthafte Probleme bekommen hatte, weil dann auf einmal so viel Hardcore viel angerannt kam. Wo ist die Atomwurge eingeschlagen? Irgendwann läuft hier noch Mutantenhorn rum. Ich weiß nicht, ob ich die Atomwurge geschlagen habe. Der Sack ist eben da drin. Er schießt denn hier die ganze Zeit? Der Sack ist trotzdem da drin. Und trifft auch noch ab und zu. Ah, da oben. Okay, ähm, dann schauen wir mal. Der ist hier drin, aber ich war hier drin und hab nichts gefunden gerade. Ich geh nochmal rein. Hoffe, dass die Gegner nicht alle gerespawned sind. Sonst war ich nicht. Wo, 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 wo. Da. Ich merke schon den Unterschied. Ich merke den Unterschied. Es waren da auf einmal so viele. Das Gewehr ist deutlich stärker. Ich hoffe, ich konnte jemanden mitreißen. Nein. Ich habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. So. Äh, das war aber auch nicht der Plan. Ich will immer noch im Gefängnis die Mission abschließen. Also, wieder rein in den Knast. 112 Schuss noch hier und, äh. Kurz wieder was essen und trinken, damit wir uns wieder hochheilen. Wieder ins Hauptgebäude. Gibt's doch nicht. Kann doch nicht wahr sein. Wo, wo, wo treiben die sich rum? Oder wo muss ich da hin in der Mission? So, hoffen wir mal nicht, dass gleich wieder alles respawned ist. Der zeigt mir das hier in die Richtung an gerade. Und hier ist der Exit. Appalachia. Da wollen wir auch nicht hin. Was ist hier oben? Dann wird der andere Exit sein. Nein. Nicht echt jetzt. Nicht echt jetzt. Bin ich so dumm dran vorbeigelaufen? Ja, okay. Sie wollen angegriffen? Meine Werte dachten, sie wären ein entflohender Streitling. Dafür wird dann unser Kedden einbüßen. Bitte sagen Sie der Presse nichts. Der Gouverneur würde mein Budget kürzen. Vielleicht ist es von Vorteil, dass sie hergekommen sind. Von Vorteil für mich. Hier ist alles so vorwahrlos, dass die Insel frei herumlaufen. Jemand muss die Geschützturmaktivierung und jeder der für Sicherheitsstationen manuell durchführen. Nichts motiviert mehr in der Zelle zu bleiben als ein aktiver Geschützturm. Quest begonnen. Verbrannte Erde. Oh. Nein, danke. Okay, ich muss hier Geschütztürme aktivieren. Äh. Immer auf der Schrot. Äh. Äh. Nur wie aktiviere ich die? Das ist der Exit. Erneut. Oh, noch gar Quantum. Ja, das ist erneut der Exit. Send Block A und B. Block A. Entweder liegt es an mir. Es liegt hundertprozentig an mir. Aber wenn wir schon mal hier sind. Puh. Puh. Gucken wir mal. Sind die Türme innerhalb? Ne, die sind innen. Ich muss die irgendwo hier innen finden. Hier vorne. Ist einmal was. Geschützturmaktivierung autorisiert. Block A. Okay. Frage, wo geht es zu? Zellenblock B. Duschen. Zellenblock B. Zeigt er mir hier unten an? Aktivieren. Dann Block B. Aktiv. Jetzt müssen wir noch C und D finden. Essen. Raum. Ausgang. Hm. Wie kommen wir zu B? B. 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 Oder zu C und D. Da ist hinter mir was hochgegangen. Da waren wir schon. Gehe ich mal wieder hier runter. Schauen wir mal, ob ich hier irgendwo ein Schild sehe, wo C und D draufsteht. Eingangsbereich. Zellenblock D. Der hier zu ist. Komme ich über den Eingangsbereich darüber? Ich weiß, ich bin da irgendwie hier rüber gekommen damals. Nein. Über den Ausgang auch nicht. Dann können wir nur über die Treppe hoch. Über die Treppe hoch. Hier rum. Nicht hier auf dem Dreck. Wie komme ich jetzt in den Zellenblock da rein? Da war ich noch gar nicht jetzt drin. Mein Skill ist zu niedrig. Ja gut, danke. Empfangsterminal. Ich höre den mega laut. Aber ich habe damals gar nichts gehackt oder sowas. Das weiß ich noch. Hier geht es auch nur hier hoch. Bin ich denn damals da in diesen Zellenblock reingekommen? Irgendwie bin ich damals da rüber gekommen. Das weiß ich noch. Ich weiß noch nicht mehr wie. Hier drüben? Bin ich ja auch... Ne, jetzt bin ich wieder da. Jetzt bin ich wieder da. Habe ich Hacken als Skill? Auf drei. Ungeöffnetes Skill-Paket. Ja, das öffnen wir. So, ich kann die Kamera mal wieder einschalten. Habe ich Hacken? Äh... Filtern. Ich mach das. ... Gewehrschütze Hacken, 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 hacken ist auf Intelligenz Hacken 1 Ne, da habe ich auch kein Hacken auf Höher Wie bin ich denn damals da hingekommen? Ich weiß, ich war hier drüben schon Das weiß ich Habe aber nicht das Ding gehackt Ich habe die Dinger hier schon gesehen Ich habe das damals nicht gehackt Und das ist zu einfach Weil dann bin ich genau wieder da Wo ich gerade auch war Bin ich irgendwie über den Zellenblock Hierher gekommen Jetzt bin ich wieder hier Duschen Na, ich Hänge Hier geht es nur wieder raus Genau Dann versuchen wir mal hier hoch zu gehen Ich war da schon Ich war da schon Ich war da schon Ich weiß nur nicht mehr Wie ich da Hingekommen bin Und wie ich da Wasch Ai, ai, ai Mann Wie bin ich da hingekommen Jetzt bin ich wieder hier, gell? Wie bin ich denn da hingekommen damals? Das war sogar ziemlich am Anfang. Ich bin hier reingekommen und irgendwie gleich da rüber gekommen. Ich weiß noch nicht mehr wie. Wenn ich hier rumgehe, bin ich auch da. Bin ich nur da unter der Treppe. Und hier ist ja nur so eine Art Büro. Ich gucke mal, ob ich von außen irgendwo einen Eingang mehr in die Richtung finde. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Hier in den Flügel wollen wir rein. Deswegen laufe ich mal außen rum. Aber das war nicht der Weg, den ich damals hatte. Aber wir sind jetzt drin. Das müsste auch der Zellenblock sein, wo wir hinwollen. Was sagt mir, dass es der Zellenblock ist, den wir hinwollen? Hier sind Gegner. Die wir noch nicht hatten. Genau. Und jetzt müssen wir es nur noch aktivieren. Äh, da, 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 da. Zellenblock D. Genau. Femilogy. Wie du mich verletzt haben, ich dich töten so sehr. Ich mag die ja irgendwie. Keine Ahnung von wo. Ich mag die ja trotzdem irgendwie.